OMR rentt bei Heise, Apple M4 Benchmarks, das Pixel 8a ist da, OpenAI entwickelt eigene Suchmaschine, ByteDance klagt gegen US-Verbot von TikTok, Daimler stellt selbstfahrenden Truck vor und Hamburgs Stromverbrauch sinkt durch LEDs. Das sind die besten Netzinhalte der Woche. Viel Spaß! Mensch, schon wieder ist eine Woche um und es werden wilde kommende Wochen, denn wir sind mittendrin in den Ankündigungen, in den Entwicklerkonferenzen und haste nicht gesehen. Ganz kurz zusammenfassend, was erwartet euch in den nächsten Wochen? Nächste Woche haben wir die Google.io, also die Entwicklerkonferenz von Mountain View beziehungsweise dem Suchmaschinenmonopolisten. Danach, direkt eine Woche später, legen die nächsten Monopolisten los, nämlich auf dem Desktop-Markt bei dem Betriebssystem. Ich bin heute so ein bisschen rentig auch sofort. Dann ist nämlich die Microsoft Build angesagt. Dann, wiederum eine Woche später, geht es hier rüber zu meiner Hausmesse nach Taipei, denn die Computex, Asiens größte Computer- und IT-Messe, ist am Start und da bekommt ihr natürlich ebenso von mir ein Best-of. Und dann nochmal, roundabout, wieder eine Woche später, haben wir die WWDC, die Apple, Apple ist auch schön, Apple-Entwicklerkörferenz. Und die schauen wir uns auch alle zusammen an. Dazwischen gibt es wie immer die besten Netzinhalte der Woche. Wenn ihr Feedback geben wollt, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, könnt ihr anrufen, 90 Sekunden eure Statements abgeben zum Ende der Sendung, gibt es die dann auch entsprechend. Wollt ihr mich und mit Tacheles unterstützen, geht direkt auf die Seite, könnt ihr Supporter werden. Dann kostet ihr irgendwie so, ab roundabout, 4 Dollar im Monat und mindestens 30 Prozent gehen dann in Wiederauffassungsprojekte weltweit. Oder t.ly slash Paypal, t.ly slash Paypal, wie Paypal, hinten noch ein L und ein E dran. Packt ihr was, mir was in die Kasse für Kaffee, Currywurst, gerne auf vegan. Und könnt mir auch noch eine kleine Nachricht hinterlassen. Und ja, ich lese die alle. Also, steigen wir direkt ein. Mein Artikel der Woche, auch wenn ich mir alles andere als sicher bin, dass ich das in die Kategorie Tech packen kann. Denn bei aller Liebe, so sehr sich die OMR gerne diesen Tech-Anstrich geben möchte, ähm, nee, es ist eine Strukturvertriebler-Messe und für Marketing-Menschen. Aber es ist ein ganz fantastischer Artikel auf heise.de erschienen. OMA24, die Hipsterness strömt zu Kaim Kardashian, Swisher und Schmidt-Huber. Äh, unter anderem Senderzell auch darin, äh, was Sascha Lobo über Large-Language-Modelle denkt und wie er die erklären will. Äh, wenn die Internet-Erklärer und die Technik-Erklärer echt mal wirklich Grundkurse machen müssen. Auf jeden Fall super Verriss von der ganzen Nummer, äh, wo man sich auch immer wieder fragt, meine Güte, äh, hier und da macht ihr hier eure, äh, Nachhaltigkeitsinitiativen und dann fliegt Kim Kardashian für eine Stunde mit, äh, der Swisher ein, äh, im Privatstadt irgendwie aus der Karibik und fliegt da wieder zurück. Man kann sich das alles nicht ausdenken, aber der Artikel ist sensationell. Apple verbaut angeblich eigene Chips für KI-Server. Apple misst dir viel Geld in den Aufbau einer eigenen Infrastruktur für generative KI. Dabei soll es sich nicht um Hardware von der Stange handeln. Äh, unbestätigten Gerüchten zufolge sollen es M2 Ultra sein, die Apple gerade umfangreich verbaut. Corsair will deutschen Renn-Simulation-Spezialisten kaufen. Durch Millionen von Schulden kann Fanatec seit einiger Zeit keine Bestellung mehr erfüllen. Corsair will die Schulden bezahlen. Corsair hat eigentlich mittlerweile schon eine Historie, ne, bezüglich deutscher Unternehmen. Elgato haben die ja auch gekauft. Und jetzt soll es noch Fanatec, von denen ich tatsächlich auch, ähm, Lenkrad, Schaltung und Pedale, ja, ich fahre ganz gerne Renn-Simulationen. Dann übrigens im Text, äh, ein Bild eines Apple-iPod-Prototypen aus dem September 2001. Ziemlich abgefahren, wenn ihr euch das anschaut und wie Apple die Dinger damals gebaut haben, die dann vorgestellt wurden, damit man die entsprechend ausprobieren kann. Dann kommt halt der Tim Cook, ja okay, da wohl eher der Tim Cook, wobei, auch der Tim Cook damals, weil damals hat er sich noch um Lieferketten und so weiter gekümmert und der Steve und die gucken sich die ganze Giste an. Also der SC mal so groß wie der iPod, der dann rausgekommen ist. Apple M4 hat die mit Abstand höchste Single-Core-Leistung. Das am 7. Mai vorgestellte neue iPad Pro mit M4 befindet sich in den Händen erster Tester, wie mehrere Einträge im Geekbench-Browser belegen. Zumindest in diesem einen Benchmark erzielt der M4 die mit Abstand höchste Single-Core-Leistung unter aktuellen Mobil- und Desktop-Chips. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Kiste danach ja verhält, wenn sie in Desktops und Laptops eingebaut werden. Insbesondere, wenn das dann irgendwann mal in so ein Mac Studio oder ein Mac Pro hineingeht. Google Pixel 8a erhält 120 Hertz Display, Tensor G3 und sieben Jahre Updates. Zum Preis von ab 549 Euro bekommen jetzt auch Käufer des A-Modells ein 120 Hertz schnelles Audit-Display, Googles eigenen Tensor G3-Prozessor, neue KI-Funktionen für Fotos und Videos und die sieben Jahre Update. Es scheint ein fantastisches Update und Upgrade zu sein, wobei der Unterschied zum Achter auch preislich dann nicht mehr ganz so groß ist. Apple iPads mit M4, die etwas andere Analyse, die könnt ihr euch immer nochmal anhören direkt auf metacheles.de, denn da habe ich ja am Mittwoch ordentlich rausgehauen. Lasst uns mal schauen, was es Neues bei AI gibt. OpenAI entwickelt offenbar KI-Suchmaschine. Chat GPT soll künftig direkt das Web durchsuchen, berichtet das Handelsblatt. Marktführer Google muss handeln und arbeitet selbst an Alternativen. Experten erwarten das Ende des Internet, wie wir es kennen. Wir haben in einer gewissen Art und Weise diese Geschichte, also nicht die Geschichte zur OpenAI, aber was Generative AI Modelle mit SEO und mit dem Netz generell machen, also mit all diesen Inhalten, die vor allen Dingen für Suchmaschinen produziert wurden. Der Don Dallmann und ich in der Tech-Lounge lassen uns da ausführlich zu ein, habe ich auch entsprechend verlängt. Übrigens, das Gerücht, dass OpenAI diese Suchmaschine schon am Montag vorstellen würde und damit kurz bevor die Google-Io-Entwickler-Konferenz losgeht, das hat sich übrigens als Ende herausgestellt und ist inzwischen vom OpenAI-CEO eingefangen worden auf Twitter. Chat GPT, vier Konkurrent aus China, DeepSeq V2 ist Open Source. Chat GPT bekommt Konkurrenz aus China, DeepSeq schaltet seinen KI-Chat frei. Der chinesische Anbieter wirbt mit Open Source, stellt SDKs und APIs bereit. Ich bin gespannt, wann da die ersten Test- und Erfahrungsberichte rauskommen. Ich habe euch zwei extrem spannende Interviews verlinkt. Zum einen Google-CEO Sander Pichai über die Zukunft von AI, wirklich sehr ausführlich, so 20 Minuten etwa auf dem Google Campus. Und dann nochmal Google DeepMind CEO, der erklärt, dass demnächst, also zumindest in dieser Dekade und in den nächsten Jahren, die ersten Medikamente und medizinischen Lösungen basierend auf AI herauskommen werden. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, dass nun die Plattformen, die es ermöglichen, sehr gute DeepFakes zu erstellen, natürlich jetzt genauso versuchen, dass die nicht so schnell die Runde machen. Wir kommen zu Social Media. ByteDance kämpft gegen TikTok-Verbot in den USA. TikTok und ByteDance klagen gegen mögliches Verbot der Video-App in den USA. Experten gehen aus mehreren Gründen davon aus, dass dem wenig Erfolg beschieden ist. ByteDance hat ja auch gesagt, Freunde, wir verkaufen es nicht. Ich würde gerne mal auf meine letzten Tech-Trends vorhersagen für 2024 und 2023 verweisen, in denen ich orakelt habe, dass TikTok diese Dekade in der westlichen Welt nicht überleben wird. Übrigens, Ursula von der Leyen von der EU-Kommission hat sich ja auch schon offen für ein TikTok-Verbot gezeigt. Ganz, ganz wichtig für all die, die TikTok nutzen. Ich weiß hier sehr wohl zwischen einer der kreativsten Communities, die es überhaupt gibt und einer Firma, die aus einem autoritären Regime heraus private Userdaten abzapft und einfach Inhalte so kontrolliert, wie sie es für richtig hält, zu unterscheiden. EU-Kommission fordert X zur Auskunft auf. Der Kurznachrichtendienst X, formerly known as Twitter, muss Auskunft unter anderem über seine Moderationsressourcen geben. Die EU-Kommission hat ein Auskunftsersuchen an ihn gerichtet. Das wird richtig spannend. Das ist jetzt mittlerweile die nächste Stufe der Untersuchungen, die, glaube ich, im Oktober letzten Jahres angestoßen wurden. Hier möchte ich gerne meine TikTok-Vorhersage erweitern und sagen, dass auch Twitter zumindest in der EU wohl kaum diese Dekade überleben wird, solange es in der Hand von Elon Musk ist. Social Media und synthetische Inhalte, die große Labelfrage, das Social Media Watchbook hat wieder einen rausgehauen. Einer meiner absoluten Lieblings-Newsletter, den ich euch wirklich nochmal hier empfehlen möchte. Alle sind sich einig, KI-Content sollte gekennzeichnet werden, doch das ist leichter gesagt als getan. Jack Dorsey, ehemaliger Twitter-Gründer, kehrt Blue Sky den Rücken. Jack Dorsey hat Blue Sky 1 gegründet und rechtzeitig vor der Twitter-Übernahme ausgelagert. Inzwischen will er damit aber offenbar nichts mehr zu tun haben. Hat den Aufsichtsrat verlassen und ist jetzt wieder extrem auf Twitter aktiv und bettelt die Leute an, Twitter doch nicht zu verlassen. Denn Twitter darf nicht sterben. Man kann es sich nicht vorstellen. Und ausmalen. Wir kommen zum Metaverse. Marvel Studios, what if an immersive story. Marvel Studios and ILM immersive announce what if an immersive story. The first ever interactive Disney Plus original story coming exclusively to Apple Vision Pro. Meine Güte, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil die immersive Videos sind so abgefahren. Aber da kommen wir übrigens in einer der kommenden Ausgaben drauf zu sprechen. Sparkasse kostet dein Skin mehr als dein Outfit. Sensationelle Überschrift. Die Sparkasse will mit ihren In-Game-Rechner für mehr Transparenz beim Gaming sorgen. Derzeit sind 30 Währungen umrechenbar. Ich habe das in die Metaverse-Abteilung reingepackt. Natürlich. Da könnt ihr, wie gesagt, checken, was kostet euch das eigentlich, wenn ihr, weiß ich nicht, den lustigen Umhang unbedingt haben wollt. Oder das Spezialschwert oder die Schuhe mit den Flügelohren. Das könnt ihr mittlerweile mit einem Service der Sparkasse machen. Eigentlich müsste das den Ordn und Award im PR-Award der Woche geben. Cheaper and lighter Apple Vision Headset in 2025. The report cites the supply chain as saying Apple is accelerating the launch from an original plan of September 2025 and claims the headset will weigh roughly 400 Gramm, significantly lighter than the 600-650 Gramm Vision Pro. Ein Riesennachteil der Vision Pro, die ist, wie gesagt, nicht leicht und dann auch so ein bisschen kopflastig. Und wenn man davon 50% abschrauben kann, dann macht das schon mal einen Riesenunterschied. Im Text unter Metaverse selber noch ein Tragecase für die Vision Pro, was ich mir direkt bestellt habe. Und ein Video aus Yingshan in China, wo die größte Holzpagode der Welt steht. Und die haben einen digitalen Twin gebaut. Und dann könnt ihr einfach entsprechend in dieser Stadt so rumlaufen. Kommen wir zur Mobilität. Ein Video von Hunderten von Teslas, die außerhalb einer Mall in den USA geparkt sind. Übrigens poppen diese Videos in einer Tour aus den USA mittlerweile auf. Überall stehen auf öffentlich zugänglichen Plätzen mehr und mehr Teslas herum. Woran liegt das? Das hat in den letzten acht Quartalen insgesamt 140.000 Einheiten für das sogenannte Inventory produziert. Das heißt, die haben mehr produziert, als sie losgeworden sind. Und die müssen jetzt irgendwo hin. Jetzt kann man sich fragen, okay, Boring Company gibt es auf. Vielleicht war das schon immer mal eine Vision von Elon Musk, dass er dann die Teslas, die nicht verkauft wurden, verstecken kann. Auf jeden Fall stapeln die sich ohne Ende. Dazu könnte ich euch jetzt noch gerade durchgeben, dass unter anderem in Texas mittlerweile die Nachtschicht gestrichen wurde. Dass vor zwei Tagen ich mit einem Kollegen aus Shanghai gesprochen habe, wo Massenentlastungen in der Tesla-Fabrik gerade stattfinden. Da geht richtig die Post ab gerade. Und übrigens, ja, in Grüne Heide gab es gestern Demonstrationen, Tesla hat die Produktion schon einen Tag vorher gestoppt. Diese Vollidioten, und anders kann man sie nicht betiteln, meinten trotzdem, irgendwelche Polizeiketten zu durchbrechen und aufs Werksgelände zu stürmen. Meine Güte, wie verblendet muss man sein? Da kann man ein riesengroßer Tesla-Kritiker sein. Aber so bescheuert, da habe ich auch keine Worte mehr für. Vor allen Dingen jetzt die ganzen Volldeppen, die erklären, dass sie die Produktion gestoppt hätten. Für Tesla ist das ehrlich gesagt so ganz praktisch und eine gute Ausrede, vier Tage nicht produzieren zu können. Und deswegen wird sich das auf die Quartalsergebnisse aus. Letztendlich verkaufen sie die Autos sowieso nicht. Daimler Truck präsentiert selbstfahrenden e-Lkw. Mit dem autonomen Freightliner e-Cascadia hat der Nutzfahrzeughersteller in den USA erstmals einen selbstfahrenden batterieelektrischen Lkw vorgestellt. Nee, das stimmt so nicht ganz. 2015, weil tatsächlich war ich da auch vor Ort, haben die in Las Vegas also auch so ein Konzept-Lkw vorgestellt, der komplett autonom gefahren ist. Das Dingern, dieser autonome e-Cascadia ist tatsächlich auch ein Versuchsprototyp. Dennoch geben sie Gas in der Richtung. Volvo Cars reports April sales 48% Share of Plug-in-Vehicles. Bei Volvo geht das wirklich komplett durch die Decke in Bezug auf Plug-ins. Und damit sind natürlich auch die vollelektrischen Fahrzeuge mit gemeint. Ich glaube, der Don und ich hatten das ja unter anderem mit unserem Best-of 2023 war für uns der EV des Jahres 2023, der Volvo EX30. Allianz zahlt Autoreparatur mit gebrauchten Teilen. Kfz-Versicherer leidt unter stark gestiegenen Kosten. Die Allianz beschreibt jetzt einen Weg, der sowohl umweltfreundlicher als auch günstiger sein soll. Reparatur mit gebrauchten Teilen. Ja, ich meine, warum auch nicht. Auf unseren Schrottplätzen liegen so viele Dinger rum. Dinge ist auch gut. So viele Autos liegen da rum, die vielleicht komplett Schrott sind, aber wo noch beide Außenspiegelheile sind. Im Kontext der Nachhaltigkeit halte ich das nur für richtig. UK electric car sales record their best ever start to a year. Pricier manufacturers BMW, Audi and Mercedes performed strongly, while lower cost brands including MG, Hyundai and Kia also performed well. Meanwhile, the number of electric car sales reached 17.2% of the total new car market share put in the UK on track for 1.9 million car sales throughout 2024. In Deutschland schwächelt die Nummer, seitdem die Subventionen weg sind, in UK geht es komplett durch die Decke. Ebenfalls im Artikel drin der neue Gogoro Jigo E-Scooter. Der kostet hier in Taiwan bei uns so ab 700 Euro. Es gibt ordentliche Subventionen da drauf. Ist bis zu 70 kmh schnell und hat eine Reichweite von 160 Kilometern. Nochmal, ab 700 Euro. Sensationell. Nachhaltigkeit. Stromverbrauch Hamburgs durch LED stark gesunken. In Hamburg ging der Stromverbrauch von Straßenlaternen seit 2020 um 30% zurück, da zunehmend LEDs verwendet werden. So auch in Ampeln und Leuchtverkehrszeichen. Dort lagen die Einsparungen durch LED-Lampen demnach bei 69 beziehungsweise 83%. Lass das mal sacken. Es sind oft so diese kleinen Dinge im Leben. Meine Güte. Mit LEDs fängt es an. Übelst an mir. In der ganzen Wohnung ist auch überall LEDs. Natürlich. Erneuerbare Investitionen in Deutschland stiegen 2023 um 67%. In die Installation von Photovoltaikanlagen flossen 2023 gut 17 Milliarden Euro. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Rekord wurde aber noch nicht geknackt. Das geht aus einer Erhebung für das Bundeswirtschaftsministerium hervor. Es passiert an allen Ecken und Enden etwas. Das E.ON. Intelligente Energiesteuerung liegt im Trend bei Hausbesitzern. Der Energieanbieter E.ON hat von Statista eine Meinungsumfrage durchführen lassen. Befragt wurden 2000 Hausbesitzer, die also über ein Eigenheim verfügen. Als Ergebnis kann man verkünden, dass jeder Vierte der Befragten angegeben hat, bis 2026 eine smarte Energiesteuerung zu planen. Ich glaube, wie ist das in Skandinavien? Ich meine, so in Norwegen liegen wir da so bei 90% oder 95%. Das müssen wir einfach mehr pushen. Und ich kann das euch auch wirklich nur ans Herz legen. Macht es jetzt, ja. Jetzt will halt nur jeder Vierte, also 25% wollen das machen, bevor der richtig große Rand losgeht. Ihr wollt das haben. Es spart euch mittel- und langfristig richtig viel Energie. Und damit, ja, ihr habt es erraten, auch entsprechend Geld. Okay, jetzt ist Vermont zum einen sehr, sehr schön. Aber zum anderen nicht der größte Start. Dennoch, sie machen es. Und das waren auch schon die News diese Woche. Es gibt natürlich entsprechend Tools. Es gibt eine Tech-Doku der Woche. Wir reden viel über Halbleiterproduktion. Ich habe euch mal mitgenommen nach Micron. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe das Video gefunden. Micron und schauen sich da die Halbleiterproduktion an. Wirklich hervorragend gemachtes Video. Wir bleiben bei den Halbleitern. Die Infografik der Woche erklärt, beziehungsweise erklärt, dass die USA in den nächsten acht Jahren einen Marktanteil von 28% bei Halbleitern, die im kleiner als 10 Nanometer Fertigungsverfahren erstellt werden. In acht Jahren. Ratet mal, wie der Marktanteil im Moment ist. Null. Zero Prozent. Also da wird richtig Gase geben. Es gibt Musik. Es gibt Best of Social Media. Und es gibt vor allen Dingen auch wieder die Möglichkeit anzurufen, nachdem ihr vielleicht was in die Kaffeekasse gehauen habt. T.ly slash Paypalle. T.ly slash Paypalle. Und T.ly slash Hallo. T.ly slash Hallo. Alles klein. Dann könnt ihr anrufen. Und das haben wieder zwei gemacht die Woche. Hören wir mal rein. Hi Sascha. Ich habe es wohl überhört. Kommst du zurück nach Deutschland? Da muss ich mal alle Episoden nochmal durchhören. Ich habe vielleicht eine ausgelassen. Wunderschön. Also zum iPad-Event gestern. Ich fand es sehr offensichtlich, dass nur Neukunden oder nur die ganz großen Kunden angesprochen worden sind. Denn sowohl das Air ist groß und teuer als auch das Pro. Und ich sage das deswegen, weil ich selber zwei iPads einsetze. Ich bin im Bildungsbereich beruflich tätig. Für viele Fortbildungen, aber auch Schule und Unterricht. Und dort ist es gar nicht nötig, irgendein größeres oder neueres iPad zu kaufen. Es wurde ja auch gar nichts vorgestellt bei den regulären, normalen, kleinen iPads. Das iPad 9, was ich einsetze, ist total in Ordnung. Da gibt es gar keinen Grund, das zu wechseln oder abzudaten. Und auch das iPad 10, was viele mittlerweile im Bildungsbereich einsetzen, auch nicht. Das ist nur zu teuer. Dann wäre es schön gewesen, sie hätten noch eine günstigere Variante wieder präsentiert. Und was ich sehr, sehr viel einsetze, ist mein iPad Pro von 2019 oder 20. Und es gibt da auch null Gründe, das auszutauschen. Selbst Filmschnitt mit LumaFusion oder auch mit iMovie natürlich ist gar kein Problem. Es gibt überhaupt keinen Grund für mich zu wechseln. Das würde mich interessieren, wie du das siehst. Ob wirklich nur Neukunden oder die richtigen High-End-Content-Creator angesprochen worden sind. Und wie sie das denn mit der Geschäftsstrategie da in Einklang bringen wollen, dass sie mehr iPads verkaufen müssen. Aber ganz ehrlich, ist ja deren Problem. Gut, dass die Hardware so lange läuft. Ist doch nachhaltig. Schöne Grüße. Ich kann das eigentlich direkt nur unterschreiben. Erstmal vielen, vielen Dank für dein Feedback. Ich komme tatsächlich für vier Monate nach Deutschland. Also die Sommer werde ich jetzt immer in Deutschland verbringen. Und dann wahrscheinlich auch immer so Februar bis Anfang März. Das passt, glaube ich, immer ganz gut. Also zurück zu den iPads. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe zwar neuere Varianten. Das letzte iPad Mini. Das ist aber jetzt auch schon vier Jahre alt. Ja. Das hat ja ein 15 drin. Ja. Ich meine vier Jahre. Und ich habe noch das iPad Pro mit dem M2. Das große. Bei aller Liebe. Die Dinger rennen und rennen und rennen. Und ich wüsste hier wirklich nicht, warum ich upgraden sollte. Natürlich ist es rein zur Tech-Porn. Natürlich sind das sensationelle Displays. Jetzt mit den doppelschichtigen OLED und diese Nanotextur würde ich gerne auch mal ausprobieren. Aber es wird mein Anwendungsszenario nicht so upgraden, dass ich sagen muss, das brauchst du. Da musst du sofort rüber zum Apple Store und dir eins bestellen. Also das sehe ich einfach nicht. Und von daher kann ich mir eher vorstellen, dass man hier eine Generation abholen möchte, die vielleicht fünf, sechs Jahre alte iPads haben. Die vielleicht die erste Generation der Post sich gekauft haben und die sagen, okay, jetzt gebe ich mal wieder richtig Geld aus und hole mir das nächste iPad. Ich glaube aber, dass das iPad Air sich gut verkaufen kann. Da hat man jetzt mit dem M2-Prozessor wirklich einen rausgehauen und der Preis ist auch richtig gut. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich das positiv auf die Verkaufszahlen auswirken wird. Moin Sascha, alles Gute zur hundertsten Folge. Ich vermisse dich immer noch auf TikTok. Ja, TikTok, hast du ja auch gerade mitbekommen, ist da wirklich nicht ganz so mein Ding. Und ich glaube, ich werde es auch nicht machen. Ich sehe da einfach A, nicht meine Zielgruppe. B, kann ich das auch nicht so. Das sind nicht meine Videos und das ist nicht mein Content-Format. Und ich glaube, das passt dann einfach nicht, wenn man Sachen macht, die man ehrlich gesagt gar nicht so gerne machen möchte. Ich konzentriere mich hier auf Metacheles, auf die Podcasts, sehe zu, dass die Zahlen in der Woche rauskommen. Wir haben auch die Tech-Launch zusammen mit dem Don Dahlmann ab und zu. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr selten. Mache ich ja auch mal ein Video und versuche das dann entsprechend auf YouTube zu platzieren. Aber ansonsten, ich habe mich jetzt so auf Podcasts und meinen Newsletter eingerockt und bin da sehr, sehr glücklich mit. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid wieder up to date und hattet Spaß an dieser Ausgabe von Metacheles. Würde mich freuen, wenn ihr die mit eurem Netzwerk teilt, wenn ihr mir vielleicht auf den diversen Plattformen entsprechende Bewertung hinterlasst. Habe ich schon überhaupt einmal entsprechend gesagt in dieser Ausgabe? Das dürfte das erste Mal gewesen sein. Ich muss wieder Bäume pflanzen gehen. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.